Hallihallo meine Moniz, Willkommen zu einer weiteren Runde von Fortnite So, ihr kennt unser Ziel mindestens unter Investitionsformen ein Klick zu erreichen So haben wir die Special-Granze hier Wuuuuh Haha, haha Hier, kann nur laufen meine Moniz, kann nur laufen So, Stopo ist on, auf geht die Post Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Sollen wir zum See? Ich muss auf jeden Fall ein mit einem Scharfschützengewerk kehlen Zwei Mitte Pistole, wie gesagt dann ist Fortnite 18 draußen oder sonst was Und ein Ei Mitte Schrotflinte Jump mal da raus ey Mann, 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 wo gehen wir denn da hin? Äh Komm, wir jumpen einfach mal mit Was hat denn getrinkt, die Towers? Boah, ich hab das schon drauf, ne? Ja, auch geil Können wir dann trotzdem hier so rüberflattern? Wir gucken einfach mal Wir lassen uns überraschen, vielleicht auch noch gar keiner Hier landet einer Ah, doch, da landet einer Noch einer Okay, dann wollen wir da nicht hin Das ist da was, wir gehen nur weiter Wir gehen nur weiter weg mal die Moniz Wir nehmen uns das Haus hier hinten, oder? Gibt's da eine goldene Kiste? Gibt's da eine goldene Kiste? Ja, hier gibt es eine Oder auch nicht Ach, so ein Scheiß Im Endeffekt gibt es da eine Kiste hier, aber Nix drin Weil sie der ist Sehr schön Schrotwinte ist am Start Kann nur gut werden, meine lieben Homies Das kann nur gut werden So, im Radius sind wir auch drinne So, was machen wir? Ein bisschen Looten noch hier Zack, 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 zack Habt ihr gesehen, wie professionell ich das hier gemacht habe? Ja, sorry, dass es keinen Livestream gab Aber ich hab null Zeit gehabt Aber es wird nur einiges kommen Wie gesagt, da könnt ihr mir Tipps, Tricks geben Verraten Das wird schon mal die Moniz Alles cool Oh, da schießt ein Penner Dann packen wir uns Kommen die Kugeln durch den Baum? Oh, da schießt mal drauf Oh, shit Dieser kleine blöde Penner, Alter Warte mal ab Warte mal ab, Mann Ah, schade, schade Egal, Nix Schade, schade Ja gut, wir haben leider keine Munition gehabt Wie gesagt, auch keine Kein Equipment Keine Waffen Nichts am Start Hat die Schrotler nicht gemacht Aber wir haben ja ein bisschen Energie abgezogen Wir haben nicht kampflos aufgegeben Das ist das Wichtigste Nie aufgeben Oh, Mann Das ist ein Wetter, ne? Ich mein, ist schon echt geil, ne? Aber das ist einfach zu schwül Zu schwül Keine Luft Macht keinen Spaß Ich bin schon froh, dass mir so einen Ventilator geholt hat Läuft mein Limonis Ich hab aber leider keinen Garten und kein Balkon Deswegen ist das noch beschissener Boah, hätte ich einen Garten Ich hätte da jetzt erstmal einen Pool Ich glaube, ich würde so einen Livestream direkt aus dem Pool machen So locker flockig Ich war erstmal unser Ritual Sauerei Sauerei, gönnen wir uns nicht Wir haben mal Angst Wir haben Angst, dass wir wieder den epischen Sieg holen Das sind 15 Jahre mal wieder Ich würde sagen, diesmal gehen wir auf jeden Fall am See Kommt noch mal mit runter Das wird schon mal schneller Als die meisten hier Mann, Mann, Mann Das Sturmgewehr war echt gut gewesen Ich sag, wir hätten den geschafft Wir hätten den geschafft, Mann Aber egal So ist das Das ist schon wieder eine Das hat gesehen, man die Mumis Panik für uns bekommen Direkt Panik für uns bekommen Komm rein Rennen, Junge, renn Scheiße Komm, weiter, weiter, weiter Ich gehe durch Ich gehe durch Ich gehe durch Das ist hier einer oder ist hier keiner Problem ist, ich habe mein Headset auf und ich muss einen Kopfhörer mal draußen lassen. Nein, ist ein Kopfhörig. Steck ich mir irgendwie im Ohr, die kann ich ja nur über der Ohren stülpen. Deswegen meine Katze. Falls irgendwas ist, oder wenn einer klopft, dann ruft. Wie scheiß. Aber egal. Ziehen wir so durch. Deswegen, wenn wir dann noch einen Killer erreichen, sind wir noch besser. Als sonst. So, wenn man so braucht man die Mumis. Wir haben da sowas von drauf, wir müssen auf jeden Fall gleich im Radius rein. Gehen wir schon mal die Stelle. Müssen wir hinlang. Da lang müssen wir. Ihr kennt uns, wie immer kommen wir direkt durch die Wand. Können wir nichts. Da drei Dünche. So, auf geht die Post. Oh shit. Oh shit. Boah, da haben wir aber Glück gehabt, wa? Da haben wir aber Glück gehabt. Ich drehe mich gar nicht um, wir laufen einfach ganz gemütlich. Vielleicht haben wir Glück. Und dann sieht keiner. Ich meine, im Wasser ist man schon echt leichte Beute. Wenn man ein Video gesehen hat, wo ich gedacht habe, ich hätte das mit Scharfschützengewehr erledigt. Das war echt, ich will es nicht sagen, einfache, aber doch eigentlich schon. Ging auf jeden Fall gut. Okay, die wird schon geöffnet. Oder die war einfach so offen. Komm, ein Stück noch, ey. Ein Stück noch. Das hat Schatten. Die Waffe, die wir jetzt haben, die finde ich eigentlich echt gut. Die Waffe, die wir nehmen haben, die hasse ich für die Pest. Ich kann es gar nicht beschreiben. Dieses... Ich habe damit schon mal eingekillt, aber ich finde das Ding einfach nur kacke. So, dann gucken wir mal hier, ob ihr da ist. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Da kommen wir die Momisterin mal. Gehen wir erstmal in unsere Zone rein. Wie gesagt, in die sicheren Zone. So sicher ist es natürlich nicht, ne? Da sind ja auch andere Gegner hier, aber hier müssen wir ja rein. Dazu sind wir ja gezwungen. Und sterben wir ja einfach nur, weil der Sturm uns einholt. Da ist ja einer drin. Oder hier war noch keiner. Oder ist weg. Sehr schön, ich verbinde mich natürlich auch mit. Ich brauche einen geilen Busch, meine Lieben, Homies. In der Runde kämpfen. Ich will den hier nicht haben. Ach, den hier nicht haben. Will den hier nicht haben. Mann, in meinem Video hat eine da, wo ich... einen Kill kurz vor Schluss, und dann wo der Pool ist. und dieses schwimmbecken ist dann platt gemacht werden davor bevor ich meinen kill macht sag ich irgendwann eine mülltonne so machen wir im nächsten video wenn ich das bis dahin nicht vergessen habe und was ist ich habe bis dahin vergessen ich weiß nicht mehr was ich gedacht habe so wollte ich vor hatte ich weiß nicht was es war mein die mumis das war was cooles ich weiß hat das hört sich an richtig geil auf jeden fall eine kiste ich finde das ding so porno so lustig dass wir hier nicht durch können ob sie man kann durchschießen was behindertes das ding ist richtig gute scheppert auf jeden fall wir sind auf jeden fall unter den letzten 25 immer ins gebüsch wird man einen schluck trinken die frage ist wo gehen wir immer die mumis weiter in der mitte oder warten ab kommen wir warten ab der sturm schon am ziehen die minute können wir uns jetzt hier eine runde kämpfen eine runde kämpfen ich hatte heute eingesehen hätten live stream macht aber der playstation aber der diesen ran diesen rand nicht gehabt so wie bei mir im ersten live stream hat er da den chat weg gemacht und sowas ich weiß ich muss mich damit echt beschäftigen ich denke mal kann man nur einstellen dass er dann nicht hochgeladen wird das video automatisch wenn es beendet ist der live stream was er blöd ich dann testen bin und dann lädt er die kacke hoch der quatsch sollen wir uns den packen sollen wir uns den pack mal die mumis wir warten noch ein bisschen tschade mir steht noch eine schrottwinte kommen wir sagen mal schatten jetzt dazu ich habe statt dann gut ist man muss von beiden seiten kriegte wird ausgesehen hat ich weiß genau wir sterben wieder aber ich konnte nicht so schnell reagieren verdammt aber ein kill erreicht man 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 die mumis ich bedanke mich fürs zuschauen und sagen bis zur nächsten runde fort mit auf wiedersehen